Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Firmino jetzt. Riesenchance. Liverpool macht das Tor. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Immer noch Mo Salah. Jetzt Salah mit der Flanke. Jetzt ist er drin. Und da war wohl ein Abwehrspieler noch dran. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Ja, das hätte etwas werden können. Das Arndt-Hasar geht dazwischen. Geht da noch was? Ja, der Rückstand ist enorm. Ich glaube nicht. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Schöner Pass. Schöner Pass. Es wird das erste Mal. Ich habe 3-2. Die Worte. Das ist wichtig. Es ist wichtig. Vielen Dank.